ja hey willkommen mein name ist an ihrer lp und ich begrüße euch zurück zu let's play details of the serie der expedition ist zurück das mal ab checken bogen mayonaise normen inseln ich weiß nicht ob ich dahin will aber komm gut in der folge sind wir ja durch die durch den fester tunnel gegangen wir müssen immer noch zu diesem komischen hafen gehen und so und ja wir gehen schon auf den weg ich habe ein paar sachen gekauft und verkauft und ja ich habe mehr oder weniger noch ein paar neue sachen bekommen und zwar florida niger papier und so die war aus irgendeinem unterkaufen konnten fünf minuten nachdem ich die aufnahme letztes beendet habe und ja im grund konnte ich direkt schon wieder neue sachen kaufen vielleicht kann ich ja direkt wieder neue sachen kaufen habe jetzt nur so weil er mich zehn minuten gewartet ich hatte mal so sechs minuten übrig nachdem ich mit dem shoppen fertig waren für die ex-person habe ich dann auch ein bisschen ausgesessen und irgendwas zu machen und ja nichts mehr neues ok schade so tut es direkt schon wieder deine sachen neu füllen ja guck mal wir sind immer noch hier durch durch diese höhe diesen einboss schafft man nicht dann müssen wir hier zwangsmäßig doch schon story mäßig voranschreiten in dem boss dem ist man es vormerken anscheinend ich habe immer nur so hat gefühl ich habe einen verpasst also einer von den viechern auch über 1000 aber jetzt seien einer von den viechern die wir letztens jahr besiegt haben ist die nummer zwei weil ich hatte ihn noch mal nur eins und drei und ja ich brauche die verdammte nummer zwei glaube nicht das gefühl ist die irgendwie was der katzen direkt boss hallo da ist nicht die stelle von zoro oder aus one piece so siegeln 2 ich kann nicht ich 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 Das ist nicht so, was ich zu sagen, was ich zu sagen. Aber heute war es so. Ich dachte, dass ich mit Seyran zu treffen habe. Siegura. Sie haben einen Mann, der sich sehr schlafen. Sie sind sehr schlafen. Das ist schlecht, schlecht. Sie haben einen Mann zu schlafen. ich habe gleich haupt farbe gleiche haupt farbe oh mein Gott es ist okay genau ist er möglich der sieht möglich aus er wäre so ein schwerer zweikampf die mit länder das war mein seelending uns ein bisschen ein bisschen mehr so für zwei kämpfe ausgelegt sagt er und dann kriegt er auf das war das ist noch eine seele wenn wir die aufsammeln dann habe ich gekonnt habe gesagt und noch mal konnte ich halte mich auch noch geile mir merkt wenn ich sie gleich so freundlich ok ja 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 Das war's für heute. ja da ist ja bloß es noch ein bisschen jahre so nah so mal wenn ich kloge nicht katern noch Was? Ich glaube, da hat aber Roku was dagegen. Okay. Ich habe ihn abzusehen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn abzusehen. 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 Oh Gott. Ich habe hoffe noch nó. Ich habe ihn abzusehen. Da sieht es schon nach einer lassen schatz. Noch eine sackgasse aus. Das sieht man in dieser truhe halten. Wer die Weile bekommt ja auch im titel bei parken geöffneten schadestruhen wo bin ich mir jetzt die alte wo bin ich hier auf einmal tonnelltiefen danke für ich bin ja genau richtig wenn ich sein irgendwann kann ich bestimmt hier darüber düsen oder so hotel ist hysteria style wer genau warum steu ich überhaupt dingens wer wird schon wieder los halte wo bin ich ja ja ich sei da kannst du ja gar nicht so viel sehr nicht wenn sich jetzt mal wenn ich ein gebiet betrete und so wieder neu respond also wenn wir mal so eine katze ruhe bitte eine goldene truhe und das glaube ich ausdrückte sukobus horn ich habe zwar noch sachen aber das mal 189 also die sachen eigentlich gescriptet hier in den truen ich glaube nicht ich glaube diese katzen sind auch nicht irgendwie auf der karte angezeigt oder ich glaube das war aber letztes mal auch nicht so dann können wir aber eine geben wir den aber ich habe 1035 also dann nicht mal irgendwie mit tausend dingern auftaucht habe ich keine probleme hier mit dem sehen sehen da war nichts oder so ein loch oder so meine ich glaube nicht ja gern kann man zurückgehen glaube ich also bin ich ja doch richtig also mit richtig meine ich natürlich falsch was für mich richtig ist das irgendwie ein sinn macht warum sollte ich jetzt hier noch rumlaufen jetzt keine truhe das glaube ich noch oder doch hier ist ein loch warum bin ich denn hier richtig ich bin noch letztens hier um einander andere weg hin hier war der boss ja sind die tolltiefen ich komme gar nicht klar wenn ich hier so reingegangen kugans werkstatt was soll es gehen wir weiter welche oft gehen wahrscheinlich noch mal ein bisschen rumgammeln wer schon nichts verpasst haben meine güte und so eine truhe gesehen um links und so ich möchte wieder zurück in mein team haben wo ist die truhe die mir versprochen wird da nein ja ich mich versahe Der Mann ist der Klassiker im Anzug. Ich habe ihn als Frau gebetet. Das ist der Klassiker im Anzug. Ich werde mir dein Klassiker schützen? Ich habe ein Klassiker gesucht, aber ich habe die Klassiker nicht geschenkt. Du solltest mir das Klassiker aufnehmen? ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe keine Ahnung. Ich bin der Oberfläche. Ich bitte. Wenn ich die Hände, dann wird die Hände geschehen. Was ist das? Ich bin der Angst. Ich habe nur die Hände geschehen. Ich bin so ein Gowma. Ich bin so ein Gowma. Was ist das? Das ist ein Gowma. Das ist doch ein Gäste. Ich bin so ein Gäste. Ich werde mich mit der Angst vor, und die Angst vor mir zu skieren. Moment. Ich werde mich nicht vergessen, dass ich mich nicht vergessen werde. Ich werde mich für die Angst zu vergessen. Ich werde mich für mich für die Angst zu gewinnen. Ich werde mich für die Angst vorzunehmen. und da hat er voll gemacht so wird so niedert schwert benutzen jetzt hat er seinen eigenen kopf ok voll draußen sie hat voll dämlich gegrinst hat er sich den kopf ab hier 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 sache mit moment als aber mit dir wird einfach somit mit dir wird das einfach nie langweilig so reisen Ah, toll, Stimme von Zorro, oder? Super, Negator, Verbrecher, ich haue jeden um, der mir in dem Weg steht, und ich schicke vor, kein Mittel zurück. Joa, ja, genau. Ich bin ein Mensch, wie ein Mensch. Ich bin ein Mensch, aber ich bin ein Mensch. Du bist auch so. Ja, weil Altrius ist mein弟. Hör doch nicht! Wenn man Geld um die Menschen zu retten, und wenn man viele Menschen zu retten, dann kann man die Menschen zu retten. Aber es ist kein Mensch. Das ist kein Mensch! ich glaube wer wird wird das nicht gefallen wir tun also verleugnen was passiert ist das kann nicht sein okay da ist interessant ja sie tut irgendwie blind irgendwie auf der tor ist aber ich weiß nicht aber das ist ich glaube ich bin dass ich es kuchen ich weiß du ich bin ich bin ich bin ich bin ist ich bin ich bin ich bin ich bin Es gibt nur noch nicht. Kannst du noch mal sein? Kannst du noch sein? Ja, sicher. Aber wenn du nicht mehr, kannst du nicht mehr leben, kannst du besser leben. Du bist nicht Goma. Ja. Das ist das Gefühl. Es ist schwer, Degu! Wir sind hier in der船. Wir sind hier, Degu! Wir sagen, Degu! Wir sagen, Degu! Was? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das ist das, was ich? Genau. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Wenn ich hier die Schmerzen habe, ich bin hier. Ich bin hier. Ich habe keine Schwung zu nehmen. Ich bin hier. Ich bin hier, dass es nicht mehr. Ich bin hier. Ich bin hier. Und ich bin hier. Wir haben sie korrumpiert. wahrscheinlich da noch ein bisschen hocken vielleicht tut er gleich so im kampf so vielleicht so irgendwie in den kampf so auf einmal ein stürmen mit seinen 200 schwertern die also nicht nach ein paar spielstunden wahrscheinlich wieder voll weil ich eingeholt werden von irgendwelchen anderen sachen wo ist überhaupt hin da okay in ein paar stunden kommen direkt wieder neue schwerter die ich irgendwo finde und sie sind dann stärker noch ein bisschen dämlich ob der außen neuen seelenbrecher sowie weil wir die neue fähigkeit im gehebe kommen richtig mehr oder weniger habe ich noch nicht eingesetzt müsste ich auch mal machen steuern schon wieder welt auf damit warte mal so man es mal level 23 also ich war als einzige level 22 letztens habe ich mal verpasst da bin ich jetzt ganz doof ist natürlich auch zu schließen was wollt ihr denn kommt her wenn zwar noch fünf was mich ein bisschen an kotzt aber kommt her dass ich mir allein wird ihr denn roma nix ritter war hat sich mit euch los sagen verbindungen ok und durch das war die jünger 1004 jetzt nur ein charakter weg ist doch jetzt keine chance und wie ist das denn schon wieder passiert da wäre es mal erst mal die erinnerung wir gehen sie ganz hier gekämpft haben halt aber hoffe ich jetzt ganz was ist das für ein angriff der tut hölle stehen wir lassen sich nicht auf dem boden die eisen ist ein nutzlos in den kamen was nicht auch mit einem zaubern direkt Oh, man, ich hab meine Militärpfehl. Oh, come me out. Mwahaha. Why do you know I find this too, actually? Mwahaha. 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 Okay, das klatscht ich mit meiner Puppe hier weg. Aber wie kann der überhaupt die ganze Zeit überleben? Ich habe die ganze Zeit hier überlebt. aber ich glaube ich glaube ich bin auch gehört ja doch was den bingern wenn ich auf den armen warum ist der kampus wäre geblieben doch mehr finde ich mit den platt gauern mit der puppe ja genau so eingetreten wie ich mir gedacht hat kommt mitten im kampf mit seinen neuen schweizern Okay, wir haben keine Frage, ob wir kommen, ne? Ah? es geht zurück und kogane durchhalten ja ich brauche ja nicht verräter noch wandeln sei doch nicht so auf kogane deutsche feuerungskraft die sind schon gemeistert ok die sind gar nicht nur so schwach alter ja aber da da ich neue sachen meister muss werde ich die für eine lange zeit nicht ausrüsten schon viel bessere hat anders noch über die also irgendwann speichern in der nähe ich muss noch zu die werkstatt zurückgehen und die truhe zu öffnen und die expedition wir auch noch hier holen normen möhre steins frisch gepresste normen möhre damit sind kein essen wer sie auspresst er hat keine mühse sagt ja noch zurück hier zur werkstatt und sammeln die truhe ein wochen ich was geiles drin ist gott und dann haben wir warte mal warte es gibt eine leseliste Ich habe ein paar Fragen, aber es ist gut? Ich habe mich schon immer wieder gesagt, dass ich so etwas sagen konnte. Ich habe die Seine selber-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein. Ich habe die Musik immer gut. Danke. Ich habe die Buch zu erzählen, die ich von BNF-Glein-Klein-Klein habe. Ich habe mich über die Leute, die ich gerne für mich liebevolle, und die Klai-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein. Ich habe mich über die Klai-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein. Das ist eine große Frage. nämlich komplexität von ellenauern werdet packt er überhaupt hin Häuste sprechen lauter als Worte, was? Man sieht ja wie seine Beziehung mit Magidou jetzt ist, wie er von ihm aufsteht. Ja, mein Junge, ah, wo bin ich näher? Neue verkackte Truhe da finden und das wäre nicht schon irgendwie fürs Leben irgendwie verstört, nachdem er mit so Dämonen rumreist, dann kommt er noch eine verdammte Normen hier und tut den noch mehr korrumpieren, meine Güte, bin ich eigentlich da, da muss ich hin, ohne so ein Speichelpunkt oder so, oh mein Gott, da wollte ich noch sagen, keine Ahnung, weil jetzt nicht mehr, wenn da irgendwas anderes ansprechen, aber keine Ahnung, hat auch, ja, ich fühle es irgendwie gut, da bin vorher nicht, weil sie nicht, wie jedes andere zählt, oft Maskottchen, weil es nicht so, so eine riesige, ich sag mal, wenn man das Screen Time hat, da hat er ja nicht die ganze Zeit irgendwie in den Cutscenes Forum oder irgendwie sowas, nur ab und zu mal hier, da kann man irgendwie schon lange nicht mehr in der Cutscenen vor, sondern nur in den Skizze. Ja, da finde ich ein bisschen gut, weil sie sind, ich glaube, öfter würde ich den nicht aushalten, also wie jedes andere Tats auf Maskottchen, war dann mal hier, abgenutzt aus Speer, ein alter Speer, da ist ganz schön schwach, seit 101, gab es nicht so, was im Test ist hier ja auch, so abgenutzte, schwere Waffen, die irgendwie nicht voll starken Waffen hochgelebt werden konnten, oder irgendwie sowas, ich weiß, bei jedenfalls, wir haben jetzt hier 40 Minuten, das ist schon ein bisschen zu lang, ich will sagen, ich bin die Partie, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria, ich bedanke mich alle zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.